Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter bringt Schnee. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man verstehen, da muss man sich dreimal im Kreis herumdrehen. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man verstehen, da muss man sich dreimal im Kreis herumdrehen. Die Mutter der Kinder lebt schon viele Jahre, sie lebt schon bis heute viel tausende gar. Sie dreht sich und dreht sich und dreht sich im Kreis, und wer sie erratet, der kriegt einen Preis. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man verstehen, da muss man sich dreimal im Kreis herumdrehen. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man verstehen, da muss man sich dreimal im Kreis herumdrehen.